Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich weiß nicht mehr, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Ich weiß nur, dass ich irgendein leeres Buch dabei habe. Habe ich mir das eigentlich schon mal angeguckt? Habe ich mir das angeguckt? Ein Buch mit rotem Einband. Ja. Okay, ich kann es öffnen. Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Ja, die gibt es. Das habe ich letztes Mal herausgefunden. Das weiß ich ja da den Raum nicht mehr. Ja, da brauche ich mal ganz kurz nochmal auf die Karte gucken. Den Rest behalte ich einfach mal mit der Pistole. Soll ich noch mit der Pistole rumlaufen? Jill, soll ich noch mit der Pistole rumlaufen? Gute Frage. Dahin muss ich hin. Raus und wieder rein. Zack, 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 zack. Die große Tür war verschlossen. Letztes Mal hatten wir den... Ach, letztes Mal ist mir die Aufnahme abgeschmitten. Genau. Das habe ich noch gar nicht vergessen. Letztes Mal ist mir die Aufnahme abgeschmitten. Deswegen sind wir hier zurückgegangen. Ich habe bis jetzt nur das rote Buch geholt. Und wir waren noch gar nicht in den Raum. Haha, fail! Da war ich noch gar nicht. Genau. Das habt ihr gar nicht mehr gesehen. Wo ich die Tür geöffnet habe, da musste ich leider cutten. Da ist die Aufnahme von Phipps offenbar nicht abgeschlügt, sondern ich bin wohl aus Versehen auf die Aufnahmetaste gekommen, was eigentlich relativ unlogisch ist. Und ich glaube, oder? Ne, ich glaube, das... Ne, das kann ja nicht sein. Ich bin nicht auf die Tasse gekommen, sondern... Ich glaube, der D-Schema hat sich minimiert. Genau, der D-Schema hat sich minimiert. Genau, das war's. Das war das Problem. Das Problem hatten wir auch mal mit Fliegen hier. Das Problem ist zu Glück gelöst. Genau, da hinten war das nämlich. War das hier in dem Raum, oder war das in der Galerie? Das war in der Galerie, okay. Also in der Galerie musste ich rein. Vor allem, den Part brauche ich für morgen. Und danke für 4000 Abonnenten. Ich habe euch noch ein Abonnentenspecial geplant. Dann gucken wir, ob ich das heute noch aufnehmen kann. Genau, bei der Tür. Genau, 003, genau. Jetzt erinnere ich mich, genau hier war das. Mit der großen Überraschung, was dahinter ist. Was war hier hinter? Ja, diese Spannungsmusik. Voller Schmutz, Wasser, Sköpsel ziehen. Nein. Die Wurzeln hat Riesenflanktragen aus der Wand. Kann ich hier nur ein Sköpsel ziehen? Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Die Wurzeln einer großen Pflanze. Ich glaube, ich nehme die Schottie mal in die Hand. Ich glaube, ich nehme die Schottie mal. Nee, Versteigungsüpfung wollte ich nicht, würde die Schottie auswählen. Einmal damit ausrüsten, liebe Jill. Oh mein Gott. Oh, yes, baby. Das Regalisch geht voller Rote, aber ich gehe dazwischen mitnehmen, ja. Laborexperimente in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an einer anderen Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter, neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikale der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, ein Sköpferteil, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben. Was für ein Zufall, das haben wir schon. W-Volt oder G-Volt, sucht euch aus. Unsere Berechnung zur Folge sollte die Anwendung von G-Volt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Abscherben führen. W-Volt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Ungarn mit den UMB-Chemikalien erfordert auch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßigen Vorgängen giftig ist, kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmal der einzelnen UB-Chemikalien sind wie Blum-Blum, kennen wir alle schon. So. Und da passt das rote Buch doch rein. Bingo. Der mit der Wohnung scheint eine Art Muster zu bilden. Zwei Bücher vertauschen. Ach, das ist ein Bild. Oh Gott, denn sowas war ich schon immer schlecht, ey. Was soll denn das überhaupt da stehen? Eine nackte Frau, oder was? Ich verschiebe einfach mal etwas. Das ist der... Da sind die Beine. Kommt das Ganze nach rechts, oder was? Oh, nee. Ich hasse solche Rätsel. Muss ich ganz ernsthaft sagen. Das ist ein Bein. Das kommt doch hier hin. So, das kommt ganz... Nee, das kommt zusammen, oder? Ach, kann ich unter anderem verstehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, vier, sieben Bücher. Oh, das Rätsel ist bestimmt so einfach und ich kapier's nicht. Die Frage ist, was passt zusammen? Das passt nicht zusammen, oder? So, was passt jetzt? Nein, das passt absolut nicht zusammen. Weil ich will nur wissen, was das so geben soll. Das und... Was passiert, wie ist das denn? Es nimmt Formen an. Oder kommt das ganz nach rechts? Das beansprucht den ganzen Part bei mir. Was sag ich euch jetzt schon, aber das kommt... Nee, das passt ja auch nicht. Moment mal, das... Moment, das kommt doch ganz nach links, oder? So. Dann würde ich sagen, kommt das als nächstes. Dann würde ich sagen, kommt das als nächstes. Dann kommt da... Das wird... Dahin? Ja, das war's. Das war das Rätsel. Ein scheiß Rätsel. Das hat fast ein paar beansprucht. So, was erweitert mich jetzt dahinter? Die Tür lässt sich nicht öffnen. What the fuck? Kann ich die irgendwie bekämpfen? Oder wo muss ich hin? Ich sehe mich scherben. Ich sehe mich scherben oder vergiften. Was muss ich machen, ist die Frage. Da hinten geht's runter. Bin ich denn schon wieder vergiftet? Ich bin schon mal im Warning-Bereich, okay? Wopala! Es kann sein, dass die Aufnahme ganz kurz gestoppt hat. Deswegen wusste ich nicht, was mich hier erwartet. Da unten ist die Tür, da unten ist die Tür, da unten ist die Tür. Okay. Okay. Jillyleini, du sollst schon ein bisschen rennen, wenn's geht. Ach, jetzt bin ich hier unten. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Was bringt mir das jetzt? Ich gehe jeden wieder auf den Schlag. Aber da geht's auch nicht weiter, oder? Da gingst du die... Doch, da hinten kam noch eine Treppe. Hinten war noch eine Treppe. Scheiße. Auf gut Deutsch. Und? Hä? Ah, ne, ne, man geht da hoch und da wieder runter, oder wie? Auf jeden Fall ist da eine riesige Pflanze drin. Moment mal, da steht ja was... Ich nehm mir... Warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Dafür wohl ich aber ne Kiste. Und zwar, wenn's geht, eine schnelle Kiste. Fuck off, ey. Eben mal in dem Warning-Bereich. Das geht noch. Wenn ich jetzt auf schwer gespielt bin, wäre ich schon... Daut! Schweizer Käse. Ich hab ne Idee. Da hinten war ja die... Die Wurzeln der Pflanze. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Vielleicht kann ich ja da das Gift einsetzen. Also dieses... Das geht ja nicht ohne Grund da. Ja. Und das geht auf die Wurzeln. Also irgendwas mit Wurzeln hab ich, glaub ich, noch mal in den Kopf. Deswegen versuch ich das jetzt einfach mal. Meld schief ging, kannst nicht. So. Also, ich brauche... Heilung. Nein, brauche ich nicht. Ähm. Vollzeit brauche ich auch nicht. Blaues kommt da. Ganz unten. So. Scherbe, geh, 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 ich halt sterben. Ja, dann ist es halt so. Ich glaub nicht, dass das Ding hochgehen kann, auch wenn's ne gefährliche Chemikalie ist. Dann wär's das letzte Mal auch schon hochgegangen. Auf jeden Fall muss ich in diesen großen Raum, da gibt's bestimmten Schlüsse... Ne, bestimmt, bestimmt gibt's ja... Bestimmt gibt's dann den letzten Schlüsse für, äh... Ich seh schon, komm, für... Für... Für die, äh, große Villa, für das Herrenhaus. Wundern wird's mich nicht. So. Das eine Rätsel hab ich ja letztes Mal gelöst, sonst wären wir jetzt nicht hier. Da gibt's kein Zombie drin, da gibt's nur diesen Sköpsel. Und hier gibt's die Wurzeln. Kann ich? Das brauchen sie jetzt nicht. Das brauchen sie jetzt nicht. Bumm. Hä? Oder kann ich die Pflanze töten? Ich merk' gerade, ich geh' auf den Schlauch. Mal wieder eigentlich, muss man ja... Muss man ja fairerweise sagen. Ich geh' wieder auf den Schlauch. Ich mach' das jetzt einfach. Oder gibt's hier noch irgendetwas? Ne, den Raum hab' ich schon komplett... Ein Buch fehlt. Lecker, lecker. Moment mal! Geht das vielleicht von der Seite? Eine riesige Pflanze. Ja. Nein. Okay. Da geht's auch nicht. Das war nur der Wandschrank. Genau, die Tür ist jetzt vers... Ah, deswegen ist die verschlossen jetzt gewesen. Okay. Die ist jetzt verschlossen gewesen aus dem ganz einfachen Grund. Weil das Buch egal ist zurückgegangen, weil dein Buch auf einmal gespielt hat. Okay. Da hinten liegt der tote Mann. Dann ist es... Dann ist es der nächste Zwischenbus. Würde ich jetzt einfach mal stark vermuten. Ist jetzt eine Vermutung. Mehr nicht. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach den Kampf stellen. Ich werde mich mit einem Metallkräuter auch mal einpflanzen. Dann werde ich dagegen kämpfen. Punkt. Das muss gehen. Ja. Den Weg geh' ich, glaube ich, schon zum hundertsten Mal. Aber wofür bräuchte ich da dieses... Hä? Schirm bräuchte ich für die Pflanze. Ich gehe das Risiko jetzt ein. Wenn ich jetzt scherbe, dann weiß ich, was ich das nächste Mal machen muss. Punkt. Wenn ich verliere, verliere ich halt. Dann ist es halt so. Wenn ich draufgehe, gehe ich drauf. Gehe ich nicht drauf, habe ich gewonnen. Yes. Das ist eine optimale Einstellung. Ich nehme dieses gemischte Kraut mit. Ja, und das war es eigentlich. Ich kann... Ey, ich habe nicht. Ich könnte ja eigentlich meine Pistole dafür verwenden. Komm, wir nehmen die Pistole. Ich kämpfe mit der Pistole gegen diese Pflanze. Wir verballern einfach mal ein paar Schüsse. Ja. Weil ich glaube, die Schott kann oder das Kampfgewehr... Das brauche ich doch. Ja. Das gewählt, die zockt das Spiel in zwei Stunden durch. Da war ich definitiv nicht zu. Aber finde ich auch nicht schlimm, ist ein Blind LP. Was ist bei mir eigentlich was? Ich weiß noch, aber am Anfangs habe ich gesagt, ich mache nie ein Blind LP. Mittlerweile muss ich diese Aussage echt korrigieren. Weil mittlerweile mache ich viele... Äh... LPs oder Blind LPs, weil ich auch viele... Neuere Spiele einfach LP, ja? Das ist einfach so. So. Fahren wir uns bei dieser Pflanze skellen. Einfach drauf los. Hm. Lecker. Ja, ich gehe erst mal hier hoch. Scheiße. Kann man die? Okay. Eigentlich ist es jetzt nicht ganz so schwierig. Krieg. Uh. Warning. Einfach drauf. Alter, ich muss das doch für 30er-Pist wieder aufnehmen. Oh, weia. Jelly Laini. Da ist ein Kamin. Hat der Kamin noch was irgendwas auf sich? Ne. Der Kamin hat nichts auf sich. Okay. Hätte er sein können. Warte, komme ich von der Tür da rein? Ah, das ist die Tür, okay? Okay. Warning, war ich geht noch. Ja, jetzt weiß ich, wie ich nehme mir das Ding. Das andere macht echt keinen Sinn. Und das Geländer ist hier nicht ohne Grund doch auf, oder? Würde ich jetzt einfach mal Skak vermuten. Ja, natürlich musste man dagegen kämpfen. Weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch. War es das jetzt, oder war es das noch nicht? Nein, es war es noch nicht. Okay. Alles klar. Schon verskanden. Ich nehme es einfach mal. Und wir gehen auch mal wieder hier weg. Ich renne da auch noch rein. Okay, das wird wahrscheinlich nichts bringen. Okay. Uah. Uah. Nicht. Nicht appetitlich. Ganz und gar nicht. Okay, jetzt habe ich natürlich zwei Heilkräuter, äh, verbraucht. Aber es war quasi ein kleiner Bosskampf. So viel ist sicher. Boah. Ich hasse es. Dass der PC es nicht schafft, bei einer Aufnahme, bei einem derartigen Spiel nicht konstant, dass sie 60 FPS halten. Das wundert mich wirklich. Erwartet mich jetzt hier unten noch irgendetwas. Ich will es ja gar nicht wissen. Außer tote Schalen. Okay. Okay. Sag ich doch. Ja, natürlich. Ich... So... So logisch. Genau diese Pflanze. Genau. Hat natürlich den letzten Schlüssel. Der Helmschlüssel. Alles klar. Das haben wir jetzt alles nur für den Helmschlüssel gemacht. Ich fass das nicht. Sie tue jetzt immer noch zu. Ja, okay. Ja, okay. Passt. Aber ich muss echt was gegen machen. Das geht echt nicht. Ich glaube, ich muss das Spielweg auf 30 FPS runterdrehen. Kein Babyleinchen. Soll ich den Schlüssel noch ziehen? Komm, ich ziehe den Schlüssel noch. Was soll's. Dann haben wir hier alles abgefrischt. Jetzt ziehe ich den Schlüssel noch und dann machen wir das. Kommt, wir sküren wir einen Zombie hier vor. Ich seh's schon, komm. Also Weltmeisterlich habe ich mich gegen die Pflanze nicht angestellt. Das gebe ich auch von ehrlich zu. So, komm. Ein Dolch. Und kein Zombie in sich. Okay, dann. Okay. Passt. So hab ich's gern. Äh, ich bin von der Tür gekommen. Genauso muss ich wieder hier zurück. Ja. Meine Nerven liegen noch nicht blank, aber... Passt schon. Aber passt schon. Die Frage ist, was erwartet uns jetzt in Herrenhaus? Ich bin von der Tür. Ja. Danke.